Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivalos Big Pack. So, wir gehen jetzt ohne Wenn und Aber, gehen wir sofort weiter. Ähm. Warum geht das jetzt auf einmal so schnell? Ähm. Ich schaue hier gerade nach. Einstellungen. Audio. Ähm. Ja. Ja, okay. Ich habe aber keine Ahnung, warum die Musik so schnell ist. Ich habe da gerade nichts angelegt. Warum passiert mir das immer in den Aufnahmen? Na gut. Dann gibt es einfach mal Musik mal zwei oder so. Weil wir sind jetzt schon bei 1,534 laut Musik und. Okay, ich habe das gerade echt noch beobachtet und ich fahre das ein bisschen ab. Okay, also. Wir schauen uns mal das Sword an. Haben das jetzt hier schon mal zum Geyser-Brine gemacht. Und das Brine wird zum normalen Brine. Und das müssen wir jetzt. Hallo. Im Elektrolytics Separator zu Chlorine und Sodium machen. Dafür brauchen wir noch einen. Hätte ich gedacht. Elektro. Elektrolytics Separator. Den haben wir hier. Den haben wir hier. Den wünscht erneu. Elektrolytics Core. Ein bisschen sehr ungemut ist es ja schon. Das haben wir hier. Das haben wir. Ähm. Wie viel haben wir? Eins. Fünf Stück brauchen wir. Von den Baren raus wollen. Hey Mann. Wieso passiert mir sowas in meiner Aufnahme? Jetzt mal im Ernst. ich feiere dass er irgendwie was ist ab dass ich so eine panne habe ich brauche von den Zeugs wieder reiß ich muss schon wieder dampfen weißt du was da hole ich jetzt den ganzen Deck durch, dass ich auch davon genug habe ich brauche gerade wieder voll die ressourcenverschwendung aber das ist mir dann so scheißegal ich meine wow das einzige was ich im tischen Sinne so verschwende ist halt Eisen aber ich habe schon mal das Zeug auf Vorrat ich meine das bisschen Redstone oder sowas für Butter das war ein Stack Redstone und ein Stack Kohle das habe ich das war irgendwie ein vornehmer verzogener Bube und so ich schütt mal diese Musik einfach Hallo Danke Elektrolytics Separator haben wir ich feiere die Musik halt echt ab so ähm da müssen wir jetzt also dann könnte es ja auch sagen dass er es so machen soll ähm da würde ich ja auch einmal sagen dass wir den dann einen beiseite tun dann holen wir jetzt hier mal von Mechanism dann holen wir jetzt hier mal von Mechanism hoffen wir da wohl ähm Moment nochmal an das Mechanism 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 mhm da haben wir es aber schon ähh Elektrolytron ne nein ey ich weiß echt nicht was der Musik gerade hat Pressurized Duke da brauchen wir ein Glas und zwei Stiegel kommt jetzt was ähh ne die mal reicht eigentlich schon ähh ähh zwei zwei das hört sich so bescheuert an ähh ähh hier weiß man Basic Prazerized Duke das hört sich so darf sich so okay jetzt sagen wir bitte nicht man kann das nur jetzt sagen wir bitte nicht man kann das nur das jetzt sagen wir bitte nicht man kann das nur Ich hab da gerade so eine Befürchtung. Ich hab das am Echten gemacht. Also etwas Lorien haben wir jetzt schon. Die Befürchtung lässt sich jetzt aber auch ganz schnell verbar halten. Hier hab ich noch ein bisschen Liquificated Rohr drin. Das kannst du ganz schnell einmal ran schießen und noch mal abbauen. Weil dann sind wir jetzt ins sind. Welche Wasser, dass ich fast vergessen habe. Also ihr merkt schon, diese Aufnahme ist echt total panne. Und ist der. Gut. Das müssen wir dann, glaub ich, echt immer in der Drum machen. Scheissensäck. Oder wartet mal. Nein. Das kannst du echt mal bei der Drum machen. Das ist ja jetzt echt schuldig. Äh, ja hier. Strom werden wir wieder hinzufügen. Oh, da geht das von oben. Nö. Oh verdammt. Wieso passiert mir eigentlich sowas immer? Wie schaffe ich das? Alter, das wollte ich ja nicht. Gut. Gut. Das soll uns jetzt aber nicht dran hindern. Dann müssen wir das eben ein bisschen manueller machen. Ich muss schon ein bisschen füdern dabei. Ähm, ein Star-Fan brauche ich. Warte von nom nom nom. Warte, das ist bei mir auch nicht so leise. Ähm, dann brauche ich... zwei davon. Wir machen uns damit schnell eine Stowage Unit. Oh Gott. Da kann ich 4-3 hin. Weil, ganz ehrlich, wir haben die auch. Sechs. Oh gut. Okay. 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 Du wirst so schnell, du wirst nicht. Leise. Soll ja nur leise im Hintergrund. Der Ender-Attack auch gut. Ja, das stimmt ja. Jetzt raus. Oh, das wird ja gut. So. 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 ja so wird das geschrieben das Salz können wir dann einmal hier reinknübbeln welchen mache ich da Salz was haben wir denn noch die Items Docts Impulse Items Doct was bietet Mechanism da Mechanical ja kommen dann immer die ich habe irgendwie ein ganz ungefühlt gutes Gefühl bei der ganzen Sache ich glaube wirklich nach dieser Aufnahme hört sich erstmal auf aber irgendwie klappt es heute nicht und ich glaube das habt ihr die letzten beiden Tage auch schon gemerkt noch weiß was ich mache das jetzt anders ich stelle dich einmal schnell hier hin machen wir das ganze bellig über der Truhe Ende was soll denn der Geiz jetzt Junge 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 heute sei ich nicht aufgeregt es klappt nicht heute ist echt der Wurm drin ich werde mir überlegen ob eine Goldruhe reichen müsste eigentlich na gut aber auch da wenigstens was zum lachen dass es bei mir heute sogar zum Fall vorangeht 2 Welt der die letztendlich Abbott 10 oder wie der französische Experte sagt Le Salé Jetzt sagt nicht das, es muss einfach Ich glaube der hat hier seinen Input Ich habe im Gefühl das hätte mit der Storytune doch geklappt Ich meine, ich mag irgendwie heute nicht mehr so wirklich Ich liebe es, ich liebe es einfach nur noch Gut, machen wir einmal schnell hier wird Platz Ein paar Minuten haben wir noch Ich glaube ich mache es noch bis 18 und dann höre ich für heute auf Salz tun wir hier rüber Könnte es Ich bin mir gar nicht sicher, aber kann es sein, dass das Das ist auch so eine Lösung Heute ist echt der Wurm drin Ich muss mir ganz ehrlich mal überlegen, wie ich das mache Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Bränen jetzt hier eine Flüssigkeit ist oder ein Gas Weil dann könnte es irgendwie Ach, wieso mache ich den Mechanismus weg Ich habe einen, der war für Aber heute, extrem Ich glaube ich habe Gottes Problem gefunden Und wenn es das jetzt ist Und wenn es das jetzt ist Dann Einmal Ich habe es echt verdammte Gefühl Okay, ich peile es nicht Ich glaube man muss Der Konfigurator Das könnte das Problem sein, dass er einfach nicht weiß, was er machen soll Manchmal können wir uns auch einfach nur die einfachsten Probleme zur Problemlösung führen Ich bin ein Meister der Wortwahl Okay, da brauchen wir Lapis, Energy Platte, und Stick Meine Motivation ist schon sehr groß Okay, die Musik ist gerade noch schneller geworden Ich höre gleich echt auf Ich kriege gleich einen Anfall Nachkampf Vom Katsanfall Ich kriege alles So und so So wie funktioniert der jetzt Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Welches hier Hm Hm Ah, jetzt geht es. Boah, meine Güte, war das eine schwere Geburt. So, ich informiere mich jetzt mal, was man mit dem Sodium machen kann oder ob das wirklich nur Justus Überbleibsel ist. Und auch weil wir jetzt bei 18 Minuten sind oder schon, sag ich mal, ich höre jetzt auf, mir reicht das für heute. Ich kriege ansonsten echt noch einen Schreikrampf. Ich würde sagen, wenn ich die Folge gefallen habe, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht Anmerkungen, Kritik, alles in den Kommentaren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssüss. Tschüss. Tschüss.